Ja, hallo, hier bin ich wieder mal und wieder. Ja, ich freu mich. Ich hoffe, dass ich diesmal keine Probleme habe auf einmal mit Monzilla. Ich hatte gerade nämlich extreme dumme Probleme mit Monzilla, weil er mir gesagt hat von wegen Du bist voll doof und äh, äh, äh. So. Also, im Sinne von... Okay, das konntet ihr jetzt nicht verstehen, wahrscheinlich geistig. Ähm, weil ich selber manchmal ein bisschen unterbelichtet bin. Ähm, also das meinte ich so, indem... Das meinte ich so, dass Monzilla so getan hat, als wenn ich, oh, ich bin doof und... Monzilla schaltet sich jetzt einfach mal selbst aus, weil es denkt, ja, das ist jetzt toll und das ist jetzt wichtig, das muss er jetzt machen, Verzeihung. Ja. Ja. Genau. Mitchell, ihr erstes Ziel ist es, den Eingang des Camps zu erreichen und zu sichern. Hey, Mitch, ich bin noch völlig weg, dass wir die Operation gemeinsam ausführen. Wir müssen schnell rein und uns die Panzer holen. Ich fühle mich ganz nackt ohne gehärteten Stahl um mich rum. Egal. What the fuck. Auf geht's. Also, ihr habt es ja schon nochmal größtenteils gesehen. Ich bin noch nicht. Nehmen dort oben etwa noch Wildschirm? Ich denke, ja. Boah, falsche Taste. Boah, falsche Taste. Boah, falsche Taste. Ziel gesichtet. Boah, falsche Taste. Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Nein! Nur zwei Revolver-Schüsse. Zwei kleine, dumme, fette Revolver-Schüsse. Nein, warum so viele? Auf geht's, meine Genossen. Lass uns miteinander, lass uns miteinander, Leute abschießen und uns darüber freuen. Lass es uns gemeinsam tun, Leute abschießen und darüber dann sich freuen. Ist hier keiner mehr, oder? Hier scheint wirklich keiner mehr zu sein. Oh! 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 Kalkin Dekong, Scharfschütze! Kalk, ich lade jetzt nach! Kalkin Dekong, Scharfschütze! 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 Nein! Kalkin Dekong, Scharfschütze! 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 Kalkin Dekong, Scharfschütze!